Natürlich nicht. Bisher tut noch niemand genug. Die Frage ist ja, tun wir ausreichend, um eine Dynamik in Gang zu setzen, dass wir immer mehr tun können. Von heute auf morgen wird keiner Klima-Champion werden. Das ist unrealistisch, auch wenn es schön wäre. Die Frage ist, ob wir so viel tun können, wie wir heute könnten und wie die Leute bereit sind zu machen. Und ich glaube, wir als Berliner Politik müssen da einfach noch mehr zulegen und ambitionierter werden.